Du bist unser süßes und charmantes kleines Mädchen, das wir alle so sehr lieben, schreibt Prinzessin Madeleine von Schweden zu diesem wunderschönen Porträt ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Adrienne. Am 9. März 2023 feiert das Nesthäckchen von Mama Madeleine und Papa Chris O'Neill bereits seinen fünften Geburtstag. Adrienne posiert auf dem Foto schon wie eine große. Starrer, aber freundlicher Blick, ein kleines Lächeln und bei diesem Vergleich sieht man eindeutig, Ja, die jüngste Prinzessin von Madeleine hat wirklich einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt. Ihre dunkle Wuschelmähne trägt sie aber wie gewohnt offen. Hierbei stellen wir allerdings fest, ihre Haare sind eindeutig länger geworden. Für die Fünfjährige wird sich auch in Zukunft einiges ändern. Anfang März 2023 wird bekannt, dass Madeleine zusammen mit ihrer Familie von den USA zurück nach Schweden ziehen wird. Somit wird Adrienne in der Heimat ihrer Mama eine Vorschule besuchen. So aufgeweckt, wie sie auf ihrem neuesten Foto aussieht, scheint Adrienne das kaum erwarten zu können.